Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir haben E-Mair im Stich gelassen, weil wir natürlich Quests machen mussten. Und jetzt wurde es verhehrt und wir müssen unbedingt mal schauen, wo der ist. Wir werden ihn bestrafen, derjenige, der es verhehrt hat. Wir werden einfach den Spuren folgen, wenn wir finden. Ich glaube, der wird sofort hier irgendwo durchgehen. Auf Decklands. Ich habe irgendwelche Truppen gesehen. Ein Outing? Nein. Kein Auftrag. Ich habe nichts gesehen. So, ich muss irgendwie schauen. Vor 5 Stunden Kriegszug. Ist das das größte? Ne, oder? Das muss größer sein. Ja, genau. Oh. Es läuft alles schief. In letzter Zeit. Hey, wo ist denn der hingegangen? Es kann doch nicht sein, wieso ist es jetzt wieder Nacht? Ich will den bestrafen. Ja, jetzt nehmen sie natürlich alles auseinander. Ja, ist ja klar, dass es sehr arm ist jetzt. Wo ist denn der hingegangen? Das ist auch nicht gewesen. Okay, ist mir scheißegal. Jetzt mache ich Krieg mit dem. Jetzt ist es mir egal. Hä? Ich glaube, das Spiel tut mir jetzt momentan Beine in den Weg legen. Es kann doch nicht sein, dass der nirgends ist. Nein, es ist nirgends. Wie schlecht sind denn diese Informationen? Ja, eventuell ist es doch. Nein, das sind meine Truppen. Wohin ist er gegangen? Moment kurz. Anmerkungen. Hey, hallo. Bleibt doch dort unten. Anmerkungen. Nächste Botschaften. Jal Knudda. Knudda, okay. Okay, dann werden wir den Ding. Und... Emer... Ja, Rejek. Ich werde das mal kurz ausschreiben. Rejek. Und... Äh, Knudda, hä? So. Also. Dann machen wir einfach das so. Wir werden sie bestrafen. Und natürlich nirgends, wo... Äh... Wieso können die das nicht informativer gestalten? Kriegstrupp geht hierhin. Jetzt ist wieder nichts zu sehen, weil Nacht ist. Wieso kann man in der Nacht nicht einfach die Spuren finden? War das früher so schwer? Ein paar Lichter aufstellen, dann würde alles besser gehen. Aber die Leute waren halt dumm. Und die ist im Spiel. Wir machen so starke... Truppen. Die... Neh, mir gebe ich dir die Axt her. Was? Zweihand hast du trotzdem? Es ist zweihand bei dir nicht zu sehen. Ah doch, ist zu sehen. Ja. Okay, habe ich die Axt falsch geleveilt? Ist mir egal. 31, 36. Ja, ich brauche aber... Der allein haben wir gehabt. Wer hat denn nicht... Ah, zweihand? Muss doch irgendwo... Geben. Wer nicht zweihand hat und kein Bogen. Da, zweihand. Nehmen wir einfach... Der hier. Jaja, ist der sowieso. Schatig. Axtschatig. Ja, es ist noch keine Stärke. Ich weiß es. Virentis. 32. So. Hast du mal was Gutes, hä? Okay. Dann die Hochstufen. Und jetzt noch die Ring gehen. Wieso kommt man immer kurz noch an... Wieso ist im Ladebildschirm eigentlich das aktiv? Dann klickt man immer unten hin und... Ja, manche Sachen sind halt nicht so gut in diesem Spiel. Da kann man nichts machen. Man regt sich einfach auf. Wahrscheinlich haben deshalb nicht so viele dieses Spiel gespielt. Immer nur kurz. Also ich bleibe dieses Spiel natürlich treu. Jetzt ist das... Jetzt ist das wirklich noch eingenommen worden. So eine Frechheit. Heute läuft wirklich nur Scheiße gegen mich. Jetzt geht mir bitte an ein Dorf, das nötig ist. Wo steht das... Lücke... Lücke Gisim... Steht nirgends. Vielleicht hier. Spiellog. Ja. Belagert. Not. Ja, die haben das so schnell eingenommen. Nicht mal einen Tag gebraucht. Ja. Da müsst ihr halt etwas machen. Der will ja nicht weggehen. Schon wieder kein... Waffenhändler. Wie viel hast du? 1333. Ja, ja. Wieso ist hier alles der Verkaufspreis so mega? Klein. Ich glaub's ja nicht. Was ist ja mit mir passiert? Hab ich die Handelsding nicht bekommen? Die ist sowieso noch gut. Okay, hier hast du das Geld. Scheinbar ist alles hier Bankrotte. Scheint unbeachtlich auf Mörder. Er mühliche Worte über den Preis für Güte und des täglichen Lebens. Oh, je, je, je. Verkauf ich das lieber irgendwo anders? Das ist mir, gehen wir mal nach Suno, hm? Okay. Hm. Graf Rachat. Was Revit oder Deklan? Okay. Gut. Dann nehmen wir es hoffentlich wieder rein. Aber ich bekomm's dann nicht mehr, oder? Also, dann gehen wir nach Suno. Mittlerer Line-Druck in der Nomar. Wo ist die Nona? Pst. 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 Hm. Nochmal. Da. Jetzt werden wir die so richtig einheizen. Wo seid ihr, hm? Wo seid ihr? Ja, gebt mir jetzt endlich diesen Trupp. Es ist schon wieder Nacht. Immer ist es Nacht. So komme ich einfach nicht weiter. Das Spiel ist so broken. Jetzt werde ich dann plötzlich das sehen. Ah, ja. Gut. Danke. Ja. Einfach dort stehen und nichts machen. Also, der Jarl Olaf bekommt die Bestrafung eben. Das ist der falsche Reihe. Guck. Nur da. Da müssen wir siegen. Nein, nicht auf die falsche Seite. Ah, jetzt werden noch viele den Ding verlassen. Weil einfach die Scheiß-Bauen. Wieso müssen die Scheiß-Bauen mitkämpfen? Versteh ich's nicht? Nicht. Schere muss natürlich bewusstlos. Ja, dankeschön. Weisst du, das sind einfach dumme Leute. Alle sind tot. Alle. Hm. Alle sind bewusstlos. Ah, hau doch einfach mal. Scheiß. Oh, dass das nicht Bamelos ist. Ich werde das Spielbeug notieren. Was ist das so schwer? Menschen zu töten. Hopp. Spielefeld hätte ich auch mal Lust, einen zu töten. Spielefeld hätte ich auch mal Lust, einen zu töten. Was ist das so mega scheiße macht auf die Menschen? Ich scherz zum Beispiel. Der Putin möchte ich mal besiegen. Hehehe. Das ist nur ein Scherz. Aber es wäre schon cool, dass er mal seine Atom-Bombe leer gemacht hätte. Und in der Kante halt alle Rakete mal zu klauen und auf ihn zu werfen. Aber schon nett. Nur dass es ihn trifft. Nur ihn trifft. Auf den Mond zuerst schiefen. Die Menschheit so blöd ist es. Dann möchte ich schon mal ein bisschen verlieren. Aber nur mit Schwert. Oder mit Verdeldung. Ich komme jetzt hierhin. Gut, mindestens nicht besiegt. Nein, nichts war durch ein Ritter. Das sind solche Vollpfosten. Mann, Lukke. Nein. Nein, nein. hypertension. Gier. Nein. Hilft mir doch mal nicht in die Melke stehen. Es ist so schwer. Scheiße, jetzt sind alle drücken zu blöd und gehen hier rein. gespeichert was ist denn das böse scheiße Bogenschütze wieso geht die denn da rein? das waren gleich alle hier rein jetzt hau mal ab du scheiße ey dieses Kampfsystem ist sowas wie scheiße kann doch nichts äh wenn man die ganze Zeit irgendwo blockiert wird kann man doch nichts machen ständig dieses blockieren Huskars Mameluken Klingenschwester getötet nein ok wie sollen wir denn Klingenschwester wieder zurückbekommen wir müssen Banditen jahren schafft es sogar noch zu fliehen dankeschön ey hei 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 wenn ich jetzt nicht bald den Ding bekomme dann boykottiere ich dieses Spiel eine Burg ich brauche jetzt unbedingt eine Burg hei 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 �� 코 jesn Du Idiot, wieso bist du nicht gekommen? Schau, jetzt geht er einfach weg Du Hurensohn von meinem König Ja, ich hab's gekrötzt und du bist so eine Angsthase gewesen Peinlich, diese Quests Peinlich Okay, wir müssen irgendwie wieder aufstocken, aber wie? Komm, wir gehen Banditen jahren Die haben noch mega Vergeltungsschläge gemacht auf mich Endlich mal, ich wurde schon stein alt bis endlich mal wieder ein Ding Ja, ich muss es tun Aufsätze über Logik Eine Abhandlung der Dinge Ich glaube, ich müsste das nehmen, weil das nehme ich Ja, eben deswegen dem Geld gibt Ich werde aber, ja, es ist zu teuer, viel zu teuer Weil ich werde ja nicht so viel für Geld verdienen Ich werde wahrscheinlich 3000 verdienen Also, ähm, was ist das, das ist für ein Ding? I am for turnier So, also, turnier mitmachen Gut, wenigstens Gut, wenigstens Nichts Gutes zu tun Ah, da kommen noch mehr Alle auf mich Welche Hey, hallo Helft mir doch mal Das ist Wahnsinn Wir sterben so Scheiße Das ist unfair Richtig was von unfair So ist es unfair Das Scheiße für mich ist immer unfair Ja, ich Der sticht mich tot und ich wollte alles holen Frechheit Größte Frechheit Dieses Spiel Also, eventuell werde ich das Spiel jetzt pausieren Nein, es regt mich auf Das ist ja Wahnsinn Sowas von frech Wieso ist das Spiel so frech? Ich merke es jetzt einfach, weil ich jetzt auch ein bisschen Ja, mutiger bin, oder? Es kann doch nicht sein, dass alle auf mich gehen, immer Sollte gleich bei hinten bleiben 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 Sollte aber schön Wir machen zu viel Schaden Wir gehen jetzt hier Ich bin jetzt jetzt Der Schwert Astris was hab ich jetzt auch gar nicht sooo down alle das sind nur die erste runter die so böse ist alle anderen sind eigentlich ok jetzt werde ich mal hey du scheiss Pferd von diesen Bünden da klaut einfach meinen kill sooo ihr scheiss droppen jetzt besiegt hey die wurden einfach alle besiegt was ist denn so schwer meinem einfach mal gute Truppen in meinem einfach normale Truppen das ist immer sehr unausgeglichen das ist heftigst heftigst schwer wenn man immer unausgeglichen ist und man hat immer weniger Leben die töte ihn ja xerina wer ist denn xerina einer der Huffdam die hieß wir haben hier sind wir eine kleine Einheit weil wir uns gestorben müssen Hau ab, Pferd! Du musst abhauen. Scheiß Pferd. Schau mal, das Pferd einfach hin mit mich, ja? Das ist Wahnsinn. Ich bin langsam in hoher Stufe. Es kann doch nicht sein, dass man die ganze Zeit irgendwo blockiert wird. Der ist noch schwergekämpft, für damals der höchsten Start mit dem Schwert. Hey, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn ja getroffen! Das Pferd. Frecher. Mehr Schaden, die scheiß Schlampe. Haben wir es gewonnen? Noch nicht. Erster Rang 6. Hä, wieso bin ich auf Rang 6? Ich hab so viel besiegt. Die anderen können gar nicht so viel besiegt haben. Wieso? Treff ich den nicht? Hä? Einen Schlag. 38 Schlagen. So. Ja, gewonnen. Ich frag mich jetzt, ob ich das Spiel noch ein bisschen weiter betreue. Ich möchte es ja nicht abbrechen, aber wenn es nicht anders geht. Meisterhaft. Keinerartig ist der Bogen. Das ist auch Preis. Es geht alles kaputt vor die Hunde. Das ist ja heftig. Ah, ich geh mal kurz ins Ding. Da rein. Und dreht mal mit einem dieser Lady Bella. Okay. Ich kann denen keine Gunst. Das sind nur Männer. Schade. Ich möchte gerne eure Gunst in diesem Turnier widmen. Das können nur die Männer. Also eventuell werde ich jetzt ein Mod. Let's plan. Vielleicht ein bisschen warten zuerst, aber. Das ist der heftigste. Ich werde ausgelaugt. Böse. Ausgelaugt irgendwie innerlich. So heftig schwer ist es manchmal, weil man will ja irgendwas erreichen. Und man kann es nicht erreichen, weil es unfair wird. Das ganze Spiel wird unfair. Was steht hier? Auch unbeachtlich. Ich glaube die Städte werden alles bankrott. Das ist wahrscheinlich, weil die Truppen zu viele Waren brauchen. Die ganze Zeit. Aber ich habe irgendwie kein Bock jetzt mehr aufs Vanilla. Das ist sowas von verbockt. Schon heftigst. Oh, kleiner Feintrupp. Na gut, ich mache es jetzt nicht. Ich werde eventuell den alten Spielstand wieder laden. Wir können ja mal vorlegen, hä? Aber das geht nicht, wenn alles böse wird. Ja, Geldschwierigkeiten, danke. Okay. Also wir werden jetzt mal Turnier machen. Nein. Ende. Kurz. Machen wir einfach mal kurz. Eventuell machen wir doch weiter. Und jetzt mal ohne Benden. Spiel laden. Und nämlich. Dieses. Ämir helfen. So. Und jetzt speichern als. Speichern. Nochmal Amy helfen. Dann haben wir. Einen neuen Speichstand. Tag. Nein, wir haben nicht einen neuen. Also es steht nicht. Steht eben nicht. Aber okay. Ja, danke schön für's Schauen. Dieses Pass war wirklich schwer. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Eventuell, wenn ihr schreibt, kann ich da mal ein bisschen schauen. Sonst mache ich dann einfach irgendwas, was mehr lohnt, hä? Eventuell hat Mord auch nicht. Aber. Ja. Ich muss jetzt momentan einfach ein bisschen vorwärts machen. Ich bin in Geldschwierigkeiten. Ich bin sehr schwer krank. Und. Ja. Kann's halt einfach nicht. Anders sonst. Ich muss einfach mal ein bisschen Spiele spielen, die neu sind oder so. Auch wenn ich's nicht gerne mache. Weil die meisten neuen Spiele halt nicht so meins sind. Ja, werden wir mal schauen, hä? Tschüss.